Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zurück bei einer weiteren Folge Chloe hatte wohl was zu sagen Antidrome Drugs, they will mess you up Alles klar Schön, das bringt Leute, die Drogen nehmen, sicher dazu, dass sie aufhören Okay Neu 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 Sci-Fi Film Club Treffen mittwochs um 17.30 Uhr Ist das Genre neu? Wir stellen dir die Klassiker vor Hast du einen Filmvorschlag? Sprich mit Warren oder Brooke Oh Mit Warren oder Brooke Ah Brooke Sorry Das war jetzt der schlechte Aussprache Hey, bin bei den Picknick-Tischen mit Mikey Danke, auf dem Weg Okay Dann Versuchen wir sie mal zu finden Justin Stimmt, Justin war dieses Gator Abgefahrene Party Rachel Amber Abgefahrene Party Abgefahrene Party Abgefahrene Party Es war wirklich so Abgefahrene Party Das war doch Einfach Abgefahrene Party Ich weiß nicht, wie wir die bescheuert haben Ich weiß nicht, wie sie sich Okay. Rachel ist also... sieht gut aus und... Sind das Menschen denn? Sie sollen wahrscheinlich welche darstellen. Evan. 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 Amazing photographer, but such a bleeding heart. What soapbox is he on today? Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. I don't know what to suggest. I guess... Uh... Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knob cone pine cones for example, which require temperatures above 350 degrees to open. And so lernt man selbst in einem Spiel was. Say knob cone again. No. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Alles in dem... ja. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? I... No. Haha. Dann sei besser still. How seriously am I taking this right now? Evan is... ...ein clown. Grausgeruch Dr. Bear. Okay. Es ist gemein, aber... ...wir schreiben uns ja nicht die Namen. There you go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy. Home of tomorrow's leaders. Principal Dix. Big McTighe Walks. Alles klar. Vielleicht hatten wir doch irgendeinen Scheißverschämfel. Alles klar. Damit hat er definitiv nicht gerechnet. Steph and Mikey. Alles klar. Ah. Steph Gingrich and Mikey North. Blackwell's premiere indoor kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Oh. Interessant. Ich hab früher gespielt. Ähm. Da komm. Seid mir mal ein bisschen drauf. Der ist sehr angeschüchtert. Du bist. Du bist. Das ist ein Schichter. Ähm... Was kann man zu euch? Wir sind keine Freunde. Ja, wenn wir aber sagen, wir sind keine Freunde, werden sie denken, dass da mehr läuft, was ja eigentlich nicht der Falle ist, zumindest nicht soweit ich es jetzt hier weiß, oder wir wissen, dann würde ich sagen, was kümmert es euch? Was? 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 Dungeon & Dragons Kalamastia Chloribar... BARB IS COOL? NEH! Okay, mir gefällt, hat man Menschen-Keep-Up gemacht. Das Gesicht! Ah... Loot oder... Zelt des Kriegsherrn. Also, wenn wir ins Gefängnislager gehen, könnten wir ja selbst verhaftet werden. Ich glaub nicht, dass wir jemanden... ...befreien können. Auch dem Übungsplatz hieß es, könnten wir guten Loot finden, was ja im Grunde nie schlecht ist. Also würd ich sagen, wir gehen zum Lootplatz. Das ist gut. Let's go to the Training Ground. Sweet. Ups! Oh... 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 Fataler Spalter... Kniestoß... Knaufschlag... Also ich find am ehesten nach, was... ... 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 Wir haben Zeit, wir gehen ins Gefängnislager. Also falls euch das jetzt zu langweilig ist, es tut mir leid, aber ich will irgendwie das komplette Ding mitmachen. Ah! ... 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 Mit Brotbestechen? Wir probieren's mal. Schade. Dann knacken wir das Schloss. Oh. Okay. LOL. He doesn't speak common, which means he can't- I cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use- Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in. Nice and close. He steps back. His scaly skin quivering in fear. What do you say? Drachen sind Feiglinge. Meiner Schuhe. Fleischmarionette. Oh, nein. Komm. Everybody knows that dragons are pussies. That's why they hide in caves and only come out to breathe fire on sheep and eat cows and shit. This tabletop shit is hard. Try playing solo. The dragonkin swallows the key, pointing at his stomach and then his own butt, laughing at you. Then he- I shove my axe through the cage, right into his stomach. Then I twist it, and then pull it out. His guts and shit start falling everywhere, but I jam my hands inside his open stomach. Like grabbing the key. Then, in the final moments before he dies, I hold the key up to his face, and then I laugh. Normally, I'd say you failed the challenge, except that was so horrifically amazing. You won. Yeah. Go team. Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you. In fear, what's next? We are again, some cricks here. It's tent time. You enter the tent to find Durgoron, warlord of the raiders of the black well, sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily six feet long. His laughter bellows. Wah-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak. What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out on contact. Durgoron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit! All of my battlespells are fire-based. Except for, you know, acid blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? What'll it be? Ähm, Vernichtungsschlag, Talerschlag, Wutsturm. Oh, der Wutsturm hört sich gut an. What's wrathful rush? It's like a shoulder slam and angry, angry shoulder slam. Okay, I do that. Ähm, wir machen den Vernichtungsschlag. Oh, holy shit! Annihilation strike. That sounds boss is fuck. One? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no, three. Your axe strikes Elamon's leg. Um, legs. Plural. Suffering both feet at the ankles. This game is awesome. My feet? Durgaron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit. I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Um.. OK, he helped me. I... ...jump in front of Elamon. Wow. Wow. Danke, Chloe. Ich meine, danke, Kalimastien. Okay. Dergeron hat jetzt seine Augen auf dich gelegt. Bring es. Er schlägt, schlägt mit seiner großen Schmutz. Shit! Oh, nein. Oh, no. Your attempt to dodge his thrust fails. Dergeron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey. Uh-oh. I chopped your feet off. And we're even. You feel your strength draining away as Dergeron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? Ähm. Wir zielen auf den Kopf. Kopf ist nie schlecht. I take one last swing at Derg... Der... Derfaces head. You have to roll high to hit. You're almost dead. Oh, no. Hm. Eleven. You swing catching Dergeron on the side of his head. Bring one horn, but you don't do enough damage to kill him. What an asshole! He laughs, then rips you off his sword with a vicious jerk. You die painfully. So mean. I'm sorry, Chloe. I have to escape. Hey, man. If you can, do it. I cast Warden's Hideaway. You sure? It's all I've got. You summon a spectral door, which shields you from Dergeron. The door swings shut, then disappears. You are gone from sight and cannot be harmed. I guess I'll have to come back when I'm stronger. That was fun. Check out what I drew. Das sieht echt nicht schlecht aus. Das hat was. Das hat tatsächlich echt Spaß gemacht. Okay. Oh, wer sitzt denn da am Baum? Ist das Samantha? Okay, die sagt mir tatsächlich nichts. Ach komm. Das ist eigentlich so gemein. Oh Gott, die ist echt schüttend. Oh Gott, die ist echt schüttend. Das ist lustig. Also es... Wir müssen halt sagen. Es ist Chloe. Es ist nicht ich die Antwort und zu Chloe passt einfach die Antwort besser. Oh, wow. Genau. Wow. Das fand ich unbedingt nett. Da ist Victoria. Wir reden trotzdem mit ihr. Was? Das ist sie zu ihm, gering. Das ist eine Wortex Club. Diese zu ihm, nein. Du bist egal. Das ist es so jung. Deshalb muss ich auf Gerät... Du bist lustig. Das ist so jung. Das ist die Angst, die sich garanti verletzt. Das ist das... Das ist die Angst? Sie beide haben den Zeit der ihr Leben. Geh, erzähl. Es war eine ziemlich normale Nacht für uns. Ein bisschen Musik, ein bisschen Dance... Wir murderten einen Mann. Du bist so lustig. Oh, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass du und Rachel waren solche BFFs. Sie wirklich nicht. Ist die Alpha City? Oh nein. Oh nein. Oh! Entschuldigung, Viktoria. Ich wollte mich nicht schuldig sein. Sie wissen, ich habe die Anwendung gewonnen. Ich möchte ein paar Hilfe. Du? Ich helfe mir? Natürlich. Das letzte Problem war schwer, richtig? Wenn ich richtig erinnere mich, die Antwort war... Fluorine, Uranium, Carbon, Potassium, und, äh... Uranium wieder. ... ... ... ... Kleiner Miss Perfekt. Tschüss! Oh sorry, aber das hat mir... Es tut mir leid, aber es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich konnte das jetzt nicht. Ich musste es machen. Was ist das der Vorgänger von David? Ist das der Vorgänger von David? ... ... ... ... ... ... ... Firewalk, Justins Mutter. Firewalk. Das wird halt nicht vorschnell. Ja. Pisse. Ähm... Klar, warum nicht? Er scheint sich echt zu freuen. Das ist doch tatsächlich was. Nur der Name ist halt ein bisschen komisch. Das war wirklich echt, oder? Oh, tut mir leid, wenn ich grad nicht rede, aber das ist irgendwie schlecht. Also für den Namen? Hätte ich nicht gedacht, dass sowas kommt. Okay, aber wir spielen weiter. Ja. Echt gut, ich find das echt nicht schlecht. Also ich muss sagen, die war wirklich nicht so schlecht, auch wenn das nicht so unbedingt meine Musik ist, aber die war nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie sie ist. Ich will das Mysterium nicht ruinieren, das ist eine gute Antwort. Oh, natürlich. Es ist nicht das, genau. Ich habe das Gefühl, dass STEM-Programme mehr Unterstützung bekommen sollten, aber unsere neue Donnerinnen mit mir. So ist das Leben, ich glaube. Möglicherweise. Die Kunst unterstützen sie dem auch nicht, das Blatt wird sich wenden. Das Blatt wird sich wenden. Sorry, wir tun uns trotzdem. Kissen. Jetzt müssen wir uns trotzdem mal drauf. Ich bin sicher, dass ich in der Schule komme, aber ich bin einfach nicht interessiert. Comfort genug mit? Hast du letzte Nacht wirklich passiert? Die Internet sagt, es hat es gemacht, aber ich kann es noch nicht glauben. Rachel Amber. Wahrscheinlich letzteres. Okay, ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Dann würde ich sagen, stehen wir wieder auf. Oops. There he is. Principal Wells. Hey. Chloe Price. Is that a black eye? I'm... Yep. I hope you know that Blackwell provides confidential counseling services for all our students. We are a safe space for any issue. I'm good. It's the other guy who needed a safe space. From me. You never fail to conform to your reputation, do you? Miss Price. The sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students efforts. Ah, she has to be just there hingesetzt. I didn't know, I swear. The sign is now. I swear to you. I did not walk on that stage. It was more of a center. Do I look amused to you? I don't know. I've only seen you with one expression. That's the one. Perhaps you will find me less amusing if I mention the very obvious allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero tolerance policy. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. Hey. Weißt du was? Scheiß drauf. Never. Director Wells, I understand. Sieh schon. Oh, okay. Okay, ich glaube, ich habe Mist gebaut, tut mir leid. Wird wohl noch öfter passieren, ich dachte, ich könnte... Was können wir da denn machen? Okay, bevor wir da hochgehen, tschüss! Okay.